Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von produkt-kenner.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen, eine Frage bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Janik an. Dieser hat über ASEN Master geschrieben, welches er mit 3,1 Sterne bewertet hat. Und wie seine Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. Hallo Leute, jetzt mal ein Erfahrungsbericht zu dem ASEN Master von Markus Lussarek. Obwohl er im Grunde genommen überflüssig durch die Geburt von produkt-kenner.de wurde, ist er dennoch sein Geld wert. Darum sage ich so etwas. Ganz klar, damit du siehst, dass ich es ernst meine. Produkt-kenner.de ist eine Webseite, die auf Ehrlichkeit aufbaut, welcher Pflicht wir auch nachkommen. Im Netz gibt es sehr viele Seiten zu finden, die einfach nur das Ziel haben, den ASEN Master zu verkaufen, um sich die Provision einzuhalten. Muss nicht sein. Ehrlichkeit bewährt sich und ich kann somit nur die Erfahrungen aus unserer Sicht tippen, welches natürlich einen Einfluss auf die Bewertung hat. Markus Lussarek zeigt dir in seinem Kurs, wie du einfache, hochprofitable Nischenseiten aufbauen kannst, um Geld zu verdienen. Dies erklärt er auch relativ verständlich. Allerdings bringt dies auch Arbeit mit sich. Du brauchst eine Domain, Produkte von Amazon, über die es handeln soll, Verkaufstexte und ein wenig Zeit. Wer denkt, er wird von heute auf morgen mit Nischenseiten reich, hat sich geschnitten. So etwas gibt es nirgendwo. Es sei denn, du kennst die Lottozahlen. Das Geld wird dann zwar genauso schnell wieder weg sein, aber hey, du warst für einen Moment von heute auf morgen reich. Markus Lussarek erklärt Step-by-Step, wie du eine Nischenseite aufbauen kannst, welche Profit abwirft. Du selber musst dir aber klar sein, mit welchen Nischen du zu tun haben willst. Der ASIN ist auf alle Nischen bezogen. Dir wird erklärt, welche Plugins du für WordPress und deine Nischenseite benötigst. Der Markus Lussarek hat aber noch ein kleines Geschenk, ein Bonus-Produkt neben den eigentlichen Kurs. Ein E-Mail-Marketing-Listen-Aufbau-Kurs für dich. Wenn du dich schon einmal damit beschäftigt hast, dann weißt du, dass eine gute E-Mail-Liste Provis Gold wert ist. Jeder Online-Unternehmer weiß dies. E-Mail-Marketing ist zudem die Königsdisziplin im Online-Marketing. Wenn du nun glaubst, dass du mit einer einzigen Nischenseite die Welt veränderst und in einer Woche in einem Ferrari sitzt, hast du dich getäuscht. Allerdings könntest du mit mehreren Nischenseiten auch mehr Geld verdienen und dem Ferrari näher kommen. Kompliziert, aber Arbeit zahlt sich aus. Wahrscheinlich völlig neu für dich und deinem bisherigen Leben. Vor dem ASIN Master und oder unserer Webseite. Markus Lussarek hat seinen ASIN Master wirklich gut strukturiert. Jeder findet sich zu Recht. Er bietet auch verschiedene Strategien der Refinanzierung an. Bedeutet, dass das Geld, was für den ASIN Master das Weite gesucht hat, kann wieder reingeholt werden. Welche Nachteile? Nun mal ein Nachteil. Und wenn du ein Idiot bist, siehst du dies wirklich als einen Nachteil an, denn es gibt einfach keine. Laufende Kosten von 5 Euro monatlich oder was kostet eine Domain für eine Nischenseite bei verschiedenen Anbietern wie All Inkel? Es ist ein Witz. Damit möchte ich dich nicht auf meinen kleinen Spaß aufmerksam machen, sondern ganz klar, die Kosten sind ein Witz. Das Schöne bei dem Geldverdienen im Internet sind die geringen Kosten. Keine Lagerhalterungskosten. Nein, du brauchst auch keinen Gabelstapler, obwohl ein Gabelstapler schon echt cool wäre. Einen Fuhrpark? Solange du deinen Erfolg nicht noch auf eine andere materielle Nische ziehst, brauchst du auch dies nicht. Es reicht also vollkommen, sich erst einmal für ein halbes Jahr lang einen Lagerraum zu mieten, damit ihn kein anderer mietet. Spaß beiseite. Ich möchte jetzt darauf aufmerksam machen, dass es keine Gewähr dafür gibt, dass jede Nischenseite durch die Decke geht. Aber der durchschnittliche Verdienst damit liegt bei 100 bis 500 Euro Monat pro Nischenseite. Hierbei ist es nicht genau zu bestimmen, wo das geht. Je mehr Traffic, also Besucher, umso voller werden deine Taschen. Bedenke hierbei aber, dass du nicht sofort Geld verdienen wirst. Es dauert etwas, bis Google deine Nischenseite hochrankt. Keine Sorge, es dauert kein halbes Jahr, wenn du alles richtig gemacht hast, sondern ist innerhalb von ein paar Tagen von den Google Robotern gegessen und verdaut. Besonderheiten? Nun, das wirklich Besondere an dem Asen Master ist das Geld verdienen auf zwei Ebenen. Als Affiliate. Du hast die Möglichkeit, Asen Master für und von einem Affiliate zu vermarkten. Das macht das Ganze so richtig spannend, da man sich, soweit wir wissen, nur über einen anderen Affiliate eintragen kann. Hört sich nicht schlecht an. Kommt noch fabelhafter, da die Provisionen wirklich attraktiv sind. Pro verkauftem Kurs hältst du 50% pro Verkauf eines geworbenen Affiliates. Erhältst du von ihm noch einmal 10%. Hört sich nicht nur geil an, sondern ist auch geil. Hierfür brauchst du kein Rechengenie sein, um zu begreifen, wie mächtig der Asen Master und Affiliate Marketing überhaupt sind. Affiliates werben Affiliates. Ein mächtiger Werbespruch von Markus Luzarek. Asen Master Review. Mein Asen Master Test. Der Asen Master ist sein Geld vollkommen wert. Allerdings für uns persönlich nicht, da unsere Webseite unabsichtlich dieses Konzept zerstört, und wir keine neuen Informationen daraus erhalten konnten. Wer allerdings Wert auf eine eigene Webseite als Nischenseite legt und sich nicht zu schade dafür ist, den Aufwand dafür auch in den Kauf zu nehmen, der ist wirklich sehr, sehr gut bedient. Das Konzept ist das gleiche, nur in dem einen Falle nutzt du eine andere, statt deine eigene Webseite dafür. Wir sind dennoch davon überzeugt und empfehlen es liebend gern weiter, da Markus Luzarek nicht nur ein humorvoller netter Kerl ist, wie es in seinen Videos auf YouTube zu sehen ist, sondern auch ein Mann mit Köpfchen, der einfach sympathisch und seriös wirkt. Wir können ihn sehr gut leiden, finden sein Produkt ist auch der Hammer und geben eine klare Kaufempfehlung. Den Teil, welches die Affiliates bei Laune hält, haben wir auch gern. Es lässt sich hiermit sehr viel Geld verdienen. Da wir das Ganze aber aus der persönlichen Sicht sehen müssen, sonst wäre es kein ehrlicher Erfahrungsbericht, geben wir dem ganzen Bums hier 3,1 von 5 möglichen Sterne. Wären wir Newbies oder in einer anderen Nische tätig, wären hier klare 5 von 5 möglichen Sterne drin. Fakt ist, Markus Luzarek hat mit seinem Angebot für Affiliates dem ganzen nochmal einen ordentlichen Hieb gegeben, was den ASEN Master für alle drei Seiten positiv macht. Einmal für Markus Luzarek, der sich dumm und dämlich verdient. Dann für den Kunden und letztendlich für dich, da du dich genauso ein Stück weit dumm und dämlich verdienen wirst. Wir empfehlen dir beide Produkte zu nutzen. Du musst immerhin wissen, was du überhaupt verkaufst. PS, die Steuerquote liegt bei sagenhaften 2,5%. Dies bedeutet wohl ganz klar, dass es sein Geld wert sein muss. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so unterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von produkt-kenner.de